Wie viel ich mit dir in Turboschienen bauen konnte von da oben Hab an der Treppe hochgebaut Wie viel das ist, ne? Das konnte ich mit 12 Gold machen 12 Gold? Hast du verballert? Ja, 12 Gold und 2 Redstone Du Nudel Es war nötig Nein, war es nicht Doch, war es Du bist so ne fette Nudel, Alter, das gibt's doch gar nicht so oder 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 er geht so bringen den Speck ich werde gerade von Kübra verfolgt trotzdem das ist keine Ausrede mir kein Speck zu bringen egal du kriegst keinen Speck weil du so unfreundlich bist Pech gehabt ich will Speck ja das ist jetzt den Speck oja so speckig gib mir den Speck sonst drehe ich hier durch toll es hat keins getroppt vor allem es könnte mich umbringen wenn ich von diesem Block hier springe es könnte mich umbringen wenn ich aus dem Bett springe das kann auch dir zuhause passieren im richtigen Leben bei dir ja ja weil ich den Speck nicht esse und ich sehe weit und breit kein anderes Schwein oh ich hänge im Mix bist du wieder in einem Loch der um ein endloses Loch reingesprungen neun diesmal nicht diesmal ist er ein zweimal ist der Kübra in der Kübra ist verschwunden da ist er guck mal da oben ich muss gerade hier durch die Blätter mich durchkämpfen auch da gibst du jetzt den Speck ich hab keinen Speck oh fick dich oh Gott sei dank war ich nicht in der Nähe schade nächstes Mal springst du als erstes rein Schwein 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 nein ich hab ein halbes Herz da lege ich mich nicht mit einem an dafür bin ich doch da ja dann leg du dich mit ihm an er ist schon tot yay jetzt gib mir meinen Speck ich hab keinen Speck ah du hast ihn wohl ich hab keinen Speck du hast Speck ich hab keinen Speck Lüge nicht du bist Speck süchtig du kriegst keins mehr ich will Speck na gut ich nehm auch n Brot oder n goldenen Apfel oh goldenen Apfel hab ich hey EGP ich scheet dich mir gleich ein nein kein Cheat was ist das hier für ein Baum zieh dir mal den Baum ein Foto Scho ein Fölle Baum der Film der Baum kommt vom Ohr Planetenfälle Becken der ist extrem blöd so bin wieder da na klasse ich habe und gerade gedacht wir sind nicht los man so muss unsere Treue zerstören hier ist das du jetzt bisher schon Schwein gesehen ich hab doch noch er hat das ganze Eisen bist du ich sehe ein Zitr auf andere Seite ich will immer noch fragen wer hat das Eisen nicht ein bisschen was ja ich glaube ich genau du hast genau 2 ist 2 64er Steak ja ungefähr warum weil ich brauche Schwein ich brauch's auch sage ich dir doch du Speckige Viech du hast meine Wolle genommen jetzt wäre ich zickig Moment ich geb's die Wäsche denn übrigens bring gleich das Eisen mit Gott sei Dank ich brauche ich dachte das ist doch nicht ich glaube die Höhe hier und nach wir haben wir haben wir uns kommen ja deine Wolle das ist wieder auf dem Weg nr hab ich nicht hier Alter Philipp hier ist noch ein Schwein ist Philipp komm mal her warte gleich ich will nur noch Speck oder haa Speck 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 weee ja guck mal ey Film guck mal auch rüber oh my god oh my god da ist ein Creeper Nein Creeper Nein Creeper Schweinchen Spank Party einmal nur getroppt Alter das gibt's noch nicht 4 Schweine und 1 hatte Speck ey hier komm mal mit ich muss dir was geiles zeigen da ist unsere Höhle komm mit oder ja ich follow ich volle außerdem muss ich noch meine Lagerhalle jetzt endlich die Verbindung bauen Tschüss so und jetzt ist Party was ist das wow Geh mir mal schnuppern Philipp wieso soll ich runterspringen du bist der Rambo Typie fail warum hast du mich geschubst ich hab dich nicht geschubst erklär es mir dann ist da unten schon was an Zombies F3 ich seh noch nix also F3 sagt dass da auch nicht wirkt doch direkt unter uns direkt unter dir Alter bist du blöd sorry ich will nur auch holen ah Skelett unter dir Jules ich geh wieder hoch ja und und ah ich hab selber Fackeln 19 oder so komm her ich werf dir noch ein paar runter hier bin Spender Abel sorry die liegen da fast an der Kante Jules ich guck mal auf dem Tief und Block da danke bin Spender Abel heute so mal schauen wie weit ich alleine komme ja musst ja nicht alleine rein ich will nur noch schnell in meine Bahn da liegen und ich hab äh ich hänge wo das ist das ist voll zielsicher das Skelett alter ich bin verreckt ja wie hab ich das jetzt geschafft slash tp Aragodo Erbe ich muss nochmal raus ich muss meine Sachen holen dann komm ich mit gut äh ja ich bräuchte Steine um hochzukommen oder? ja ich brauch einen Stein dann hol dir einen da liegt einer da liegt einer mehr kommst du aber nicht ich sammle deinen Müll ein so wo hab ich jetzt mein Zeug verloren da unten da 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 ich schon ich schien geordnet immer die ganzen Sachen ins Inventar gepackt werden vom spiel Soll ich eine wundervolle Ordnung Yes, ich tp mich zu dir Warte kurz, ich stehe ganz scheiße Du fällst auf die Fresse, Alter Dann geh ordentlich Du hast mir nichts zu befehlen Jetzt kannst du Oh, fuck, Alter Das ist so zielsicher, Alter Yes, weißt du, was ich jetzt machen werde? Ah Ah Tod Komm runter Hm Nichts sonst in der Nähe An Zombies Oh, ein Spawner Ein Spawner Ich brauche Schwerter Ich brauche Schwerter Yes, tut mir leid Aber ich muss weg Scheiße, das reicht nicht Hilf mir Ja Alter, ich verreck gerade Ja, ich helfe dir Wir müssen erstmal hoch Ich brauche ein Schwert Wie viel Leben hast du? Hier, nimm das Schwert Und geh du erstmal vor Ich hab vier Leben Wie viel Leben hast du? Warte, nimm mir Vier Fackeln Mir Vier Fackeln um den Spawner rum Das reicht Meistens Was ist in den Truhen drin? Brot Schießpulver Fäden Redstone Was war bei dir drin? Auch einmal Brot Nur einmal Brot Ich hab ein Brot Nur Musik Oh, cool Jetzt brauchen wir nur noch eine Jukebox Ich esse mein Brot hier noch Meine zwei Brot Ich hab meins auch gegessen Den Spawner kaputt machen oder stehen lassen? Erstmal stehen lassen Wenn da nix mehr über Spawnen können wir den erst mal stehen lassen Sieht hübsch aus Könnten wir eine Falle draus machen Hey, das ist unser erster Spawner auf der Map gewesen Geil Hurray Das verdient irgendein Jubel Ähm, Jubiläum oder sowas Gut, dann gehen wir irgendwo mal schön fressen Du, auf deine Kosten Nein Nicht auf meine Kosten Auf welche sonst? Aber merkwürdig war die Zombies sahen so aus, als wären die viel weiter weg F3 Nix Hier Eisen Kohle Gänge Gänge Und Eisen Viel zu viel Eisen auf der Map Ähm Ja Ich bin voll Ich kann kaum noch was aufnehmen Dann gib mal ein paar Sachen Wie zum Beispiel Eisen oder so Ja, Moment Langsam drehe ich durch wegen dieser scheiß Fliege Dann tötst du doch einfach Naja, dann soll ich hier mein Zimmer ausräuchern oder was Ja Stressst du uns? Nein, also werdet kreativ Boah, ich hätte fast mein Bild schon zerschlagen Bordet ihr euch wieder zu mir Oder werdet ihr da unten bleiben Erstmal noch ein bisschen bleiben Ich gehe nochmal wie Hier ist schon Schluss, Jules da hinten Der hört schon auf Da ist nur der Spawner gewesen Hier Können wir Moossteine gebrauchen, Dennis? Wozu? Keine Ahnung Frag ich dich ja Naja, vielleicht ein bisschen Deko Sieht immer schick aus Hm, naja Mit dem Text-Shop-Pack nicht wirklich Okay, dann Hau sie weg Gute Idee Ich könnte mir eigentlich mal ein neues Text-Shop-Pack laden Ja, ich würde auch mal ein Geld schönes haben Bei mir geht das schief Ja, muss nicht Muss ich mal wieder zu dir kommen und dir helfen Ja, ja Das macht dann Boom und dann ist alles kaputt 20 Mal Moossteine Ich port mich jetzt zu dir, Dennis Dennis, äh Jules, soll ich dich dann auch porten? Ja, warte noch, ich will mich noch erkunden Slash-TP Aragodo Äh, ne Doch, Aragodo Zensalen Nicht, dass ich dich jetzt zu mir teleportiere, Dennis Nein, es war richtig rum Was schmilzt da gerade? Ach, immer noch Ist die Decke noch nicht fertig? Bitte, nicht hochgehen, soll die Überraschung sein Okay Ah, die Decke, hast du die schon fertig? Nein, ich bin schon fertig, ja Und darauf steht Julius Genau Da kann ich gut schlafen Eigentlich müsste ich mal wieder rüber ins Lagerhaus Sogar die Julius-Decke testet dich Ich müsste nochmal neue Schienen bauen Mehr Booster-Schienen Das ganze Golf, was wir haben, reicht insgesamt für 24 Booster-Schienen Und ich werde alles verbauen jetzt Wird es nicht besser, wenn wir erstmal petten gehen? Na, Julius ist ja immer noch im Dungeon Am Portion hoch So, Julius ohne Vorwarnung Slash-TP Nein, warte kurz Erbe A-R-A-G-O-D-O Verdammt, zu viele O's geschrieben